Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf der Landkreis Rostock! Yeah! Ist soweit. Este Fläche ist runtergebälzt. Hier beginn wir das fleißige Armeen. Ähm, das läuft. Ich fahr den Dreschkasten grad hier vorne nach ihm hin, weil wir noch was in Silo, äh, in Tanker haben. Ich hab den Namen vergessen von dem Zuschauer, ne? Asche auf mein Haupt. Ich habe... ...neun Schlepper für dich mit reingenommen. Wenn wir uns auch gleich angucken. Ich muss eben gucken. Feld 2 müssen wir gleich hin, ne? Ne, wir sind auf Feld 2. Feld 24 haben wir noch. Ja, Feld 24 müssen wir noch abernten. Alles klar, da kann er gleich hinfahren, ne? Oder wir fahren da hin. Wir gehen aber jetzt schon mal Feld 24... Ne, geht noch nicht. Halt! Kommando zurück. Den muss ich jetzt abtanken. So, ich habe... ...mal einen Schlepper mit reingenommen, ne? Hier, der fährt auch grad mit Dünger dahin, ne? Weil wir... Hier. Es wurde sich ein anderer Schlepper mal gewünscht. Ich hab jetzt den Wunsch entsprochen. Ich hab mal einen JCB mit reingenommen. Ne, hier zum Rumtröttern. Damit ihr auch was anderes seht. Ne, eigentlich ist ja der ZT da mit reingekommen. Der 942. Der war ja auch nicht... ...sehr oft hier auf dem Kanal zu sehen. Aber jetzt ist auch ein JCB. Das wird jetzt erst mal so ein bisschen hier unser Dünge-Moppet. Dass das hier so ein bisschen an den Stüssel kommt, ne? Aber ich erfülle auch Wünsche. Ja, ist ja nicht so, als höre ich nicht zu und mach das nicht. Das wird schon gemacht. Guck, der T kommt da auch schon angeheizt. Der hat den Überlautewagen dran. Das läuft, ne? Ja, guck mal, das sind schöne Bilder. Dann kann der nämlich da gleich nachgucken. Wie ich... Ja, ich warte immer noch auf den Fendt, ne? Ja, dann musst du ja wohl gleich hinkriegen. Und du, mein Freund, im Kopf verstehst du ja. Du kriegst den Wender dran. Du kannst nachher, wenn... Den Pflanzenschutz müssen wir... Müssen wir Pflanzenschutz machen? Weiß ich gar nicht. Ja, das ist gut. Dass du da bist. Weil du musst da... Dingsposs war. Ich hab den Ropa noch getauscht, ne? Ich hab ja die Bergland rausgenommen aus dem Programm. Die hat ja irgendwie alles bei mir durcheinander gebracht. Ich finde, jetzt geht's alles wieder. Also ich finde, die FPS sind bei mir in Ordnung. Dürfte ich vergessen, ich hab... Ich lass meine Maps alle im Ordner. Ich steh dazu. Ich hab da auch kein Problem mit. Ich find das halt angenehmer für mich. Da ich ja auch mal manchmal... Drei oder vier Projekte am Tag aufnehme. Da erst noch den ganzen Mod-Ordner immer hin und her zu tütern, ist nicht so mein Ding. Deswegen hab ich immer... Alle Maps drinne. Aber... Das ist halt meine persönliche Meinung. Aber seit die Bergland raus ist... Ist es hier bedeutend angenehmer. Ja. Auch von der FPS und allem drum und dran. Aber ich hab den Ropa jetzt von der Marsch mit reingenommen, ne? Nicht, dass du euch wundert. Und den hab ich dann getauscht, weil der Ropa... Von der Bergland, der hat auch noch Fehler geworfen. Und dies und das. Der ist neu rausgekommen. Der ist gut. Den nehmen wir. Der macht jetzt hier seinen Job, ne? Und dann brauchen wir den nur auffüllen mit dem ZT. So war der Plan dahinter. Und dann läuft der Laden hin. Aber ihr wisst dann Bescheid, ne? Ich warte immer noch... Wo ist... Oh, jetzt kommt der da hinten. Der ist angejuckelt. Hallo Kollege, gib doch mal Schub, Mann! Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Also, ich finde, es ist jetzt wieder besser geworden. Von der Performance her und dies und des. Und so muss das laufen. Und so soll's laufen. Und deswegen bin ich jetzt zufrieden. Aber tut mir leid für die Bergland. Ist bestimmt keine schlechte Map. Aber wenn die dann so in meinen Mod-Ordner durcheinander bringt, bin ich da kein Freund mehr von. Bin ich ganz ehrlich. Muss man leider so sorgen, wie es ist. So, du kriegst aber jetzt gleich auch... Oh, ich hab gar keine Hard-Aid. Neues Ziel, ne? Feld 21, hab ich gesagt, ne? Bis wir nachher hin. Ne, 24. Gut, das ist jetzt, wenn die nochmal nachgeguckt hat. Feld 24 fährst du nachher hin. Du kannst das mal aus. Aus. Aus ist aus. Ich wollte den Fendt ausmachen, ne? Du kannst... Was ist das? Wiese 2 ist das doch, oder? Ne, 3. So, Wiese 3 formen. Das ist hier wahrscheinlich Fläche 3. Du musst nachher anwelken. Und dann machen wir erst Heu oder Gras-Silage. Wir können Gras-Silage machen. Wir haben nur eine Wiese. Ne, wir haben zwei Wiesen. Ne, dann macht er mal Heu. Aber trotzdem erstmal anwelken, ne? Ist das eingestellt? Ne, Z hier. Z. Angewirkt. So, dann fahr mal Feld 3. Da kannst du schon mal hinfahren, Kollege. Stehst wahrscheinlich allen im Weg. Ist mir egal. Fahr da mal schon mal hin. Dass der Laden läuft. Du kannst hier noch stehen bleiben. Der mäht noch. Wir müssen zum Drescher. So, machen wir U. Gerät wechseln. X. Du fährst mir jetzt zu Feld 24. Mal gucken, ob du das hier alleine hinkriegst. Ich versuche, da die Bergland raus ist, jeden Tag eine Folge Landkreis Rostock zu bringen. Aber ich kann euch nicht versprechen, dass das klappt. Wegen dem Zwischenspielen und allem drum und dran ist das natürlich jetzt hier ein bisschen nicht so easy peasy, ne? Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Müssen wir uns nichts vormachen? Das fährt nicht einfach, ne? Also, seht's mir nach. Wenn da mal was nicht kommt, dann habe ich es leider nicht geschafft. Weil wegen kein Zeit und zu viel zu spielen. Weil die Marsch ist ja auch noch da. Und auf der Marsch muss ich auch wieder ziemlich viel Chance spielen. Ich habe gestern zwar schon den ganzen Nachmittag Marsch gemacht, aber irgendwie hat das dann auch noch nicht so gut funktionen können. So viel groß ist da gar nicht hier, wer? Ja, dann machen wir die erste Rutsche, glaube ich, Silagebank. Oh, ein Fisiler. Gut, und muss mal eben was nachkommen. 50 Prozent. Das reicht. So, äh, jetzt habe ich wieder einen Fond verloren. Mandel! Das ist nicht mein... Obwohl, mein Arbeitsstab war eigentlich ganz tutti, ne? Ich habe gearbeitet, mein Arbeitskollege hat nur ein Handy gedaddelt. Lauf, aber... Egal. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann es euch dann nicht versprechen, dass es dann jeden Tag eine Folge kommt, aber ich versuche, jeden Tag eine Folge zu bringen. Klar müssen wir diesen Spielstand dann noch ein bisschen anpassen, von den Flächen und Ahlen drum und dran. Aber das kriegen wir hin, ne? Also, dass wir vielleicht noch ein, zwei Flächen dazunehmen. Ich weiß es aber auch noch nicht, weil ich eigentlich nicht so ein Riesenspielstand haben wollte. Hier läuft eh mit CP und AD werden wir hier viel arbeiten. Das ist wie auf dem Marsch geplant. Nur, dass hier halt keine Produktion ist, sondern Ackerbau. Aber wir müssen halt auch gucken, dass das alle an Stüssel kommt, ne? So ist der Plan dahinter, ne? Oh, du bist gleich dort. Guck mal, der läuft ja richtig fixi. Ich würde gerne noch ein großes Feld mit dazunehmen, ne? Oder zwei. Ich würde gerne noch hier so eine Fläche mit dazunehmen, aber das weiß ich nicht. Oder die 61. Aber das überlege ich mir gleich noch, ob wir noch zwei, zwei Flächen mit dazunehmen. Vielleicht noch ein Mähdrescher. Das sind noch so Sachen, die man jetzt in diesem Spielstand anpassen muss. Und dann wird hier das Geld wieder weggeschrieben. Und dann, es war nämlich halt nicht geplant, dass es jeden Tag kommt. Aber wenn das jeden Tag kommt, dann müssen wir hier ein bisschen mehr Action-Spiel-Spaß und dies und das haben. Und deswegen müssen wir da mal so ein bisschen gucken, ne? Ob das dann auch alle hinhaut. So, du kannst wieder los. Wenn du denn losfahren willst. So, du bist schon da. Aber du kannst noch nicht anfangen. Aber wir können dich schon mal auf die Fläche fahren. Den Schlepper behalten wir. Ich kann das auch verstehen, wenn ihr sagt, hör mal zu, Svenni. Oh, immer dasselbe. An Schleppern. Das macht vielleicht sein. Aber ihr müsst das auch mal so sehen. Ich spiele mit den Maschinen, mit denen ich Spaß habe. Ja, und dadurch kommen dann auch mal Schlepper ganz oft drinne vor. Oder in jedem Projekt. Das sind dann Schlepper, die mir einfach Spaß machen. Versteht ihr? Und deswegen sind dann halt die Schlepper öfter zu sehen. Und ich finde es... Ja, weiß ich nicht. Ich bin jemand... Ich bleib meinen Maschinen meist treu, ne? So, dich brauchen wir später. Du bist doch fertig, oder nicht? Hey, da hast du ne kleine Pfütze, oder was? Bist du nicht fertig, Gisela? Bist du durch? Was machst du? Ach, doch. Schicki, Freunde, der ist auch schon wieder durch, du. Das läuft. Die sind noch fleißig hier. Den müssen wir gleich auftanken. Oh, halt mal an, hier. Und sehen, da wird ein Schneudfix vor. Oh, guck mal, der ist gut gemacht hier, weh? Kannst du da eben reinheizen. Zack, 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 ab. Läuft den Laden. Komm, wir stellen den eben bei den Nachbarn in den Sonnenblumen. Dann können wir da auch nachher wieder vernünftig arbeiten. Geht manchmal nicht anders. Ein wenig Klappschneid wirkt besser, ne? Aber ich hab hier extra mal diesen Drescher gewählt, ne? Damit mal Abwechslung ist. Also, das können die aber auch gleich machen, weil wir müssen dann nämlich auch sehen, dass wir an Stroh da irgendwie dran kommen. Ja, ja, mach ich gleich. Keine Pornik hier auf die Tone. Schauen wir gleich auf. Willst du den nicht anhängen? Bin ich denn doof? Also, die Frage hat sich ja überlegt, aber den musst du ihn doch anhängen. so, dann sehen wir das wieder eben reinstechen. Schmeißen CP an und dann kann das hier laufen, ne? so. So. letzter Wegpunkt kein Kurs. Das dauert, wa? Dreimal Vorgewände. Ne, schau. Oh, wir wollen ja alles rum. 24 neue ordner was war das 15,8 15m reicht alles klar wir müssen hier noch hin aber liebe leute ich sage jetzt noch nicht danke fürs zugucken wir haben noch ein paar sekunden macht das vernünftig du fahr mal los hier du sollst da rüber fahren du willst mich doch schon wieder finden heider neider das läuft so du fängst den ersten Wegpunkt an kann der nämlich hier schon mal durchrödeln ne und wir kriegen Grasillage müssen wir aber in Ballen machen wir müssen auch Stroh pressen aber hier muss ja auch hinterher noch geschwadet werden Anwägstatus läuft premium du fährst mir bitte zum oh man ey ich muss diesen Punkt eh suchen hier da ich vergesse immer den Hofnorm fahr mal da ja ich dachte der hätte den jetzt genommen hier wer macht das nicht ne ihr macht das nicht ne dann müssen wir selber machen warte 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 Knollenhof sind wieder unten ne ich weiß nicht wo die Parkplätze sind ne ich hab 15 gesagt ne fahr da mal hin andere Wiese ist glaube ich noch nicht so weit deswegen so das haben wir dich brauchen wir wir müssen leider ins Gemüse vorn das ist ne JCB JCB hat den da nur gesehen hm 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 Oh, ich sehe ihn. Alter, nein, der muss aber auch sich richtig einen Berg hochquellen, ne? Ja, jetzt kommt er auf Touren hier, siehst du? Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, ne? Dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Tschüss!